Mensch, heute ist es wieder heiß. Ich habe mir ein paar Tipps rausgesucht für den Arbeitsalltag und die ausprobiert. Und ich nehme euch mit. Tipp 1. Eisschlappen. Lust auf einen frischen Effekt für die Füße? Einfach Socken über Nacht in den Kühlschrank legen und tagsüber anziehen. Beim Laufen geben die Socke Kälte ab. Tipp Nummer 2. Siesta halten. Also Mittagsschlaf halten. Ey, was machst du denn da? Ich hatte ein Siesta. Und weil das nach Nichtstun klingt, nennen wir es einfach Siesta und schon hat der Chef kein Problem mehr damit. Tipp 3. Eiskalte Massage. Taucht die Spitze der Finger in eiskaltes Wasser und drückt die Finger dann auf eure Schläfe. Danach fühlt ihr euch etwas frischer. Man kann damit vielleicht auch Mitarbeiter erschrecken. Tipp 4. Ausreichend trinken. Der Arzt empfiehlt ja gerade bei diesem Wetter viel zu trinken. Ähm, also Wasser natürlich. Ähm, also Wasser natürlich.